Hier ist eine glasklare Anleitung dafür, wie du Frauen kennenlernen kannst auf offener Straße. Punkt 1. Wenn du irgendwo auf dem Kuhdorf lebst und es dort nur 5 Menschen gibt, die du kennst und die du regelmäßig siehst, dann ist es an der Zeit, dass du den Zug nimmst, das Auto nimmst, das Fahrrad nimmst, egal was du nimmst und in den nächstgrößten Ort fährst, wo es mehr Menschen gibt, wo es öffentliche Plätze gibt, wo du Menschen kennenlernen kannst. Egal ob tags oder nachts. Und das ist der Punkt 2. Sorge dafür, dass du dir im Klaren darüber bist, was für einen Winkel du gerade hast. Sitzst du gerade in einer Bar an einem Tisch, während sie an einem anderen Tisch sitzt? Oder bist du gerade unterwegs auf offener Straße und sie läuft vor dir oder hinter dir? Oder bist du gerade einfach unterwegs auf einem öffentlichen Platz? Sie hat es eilig vielleicht, sie ist schnell unterwegs, hat Tüten in der Hand. Was ist der Winkel? Aus welchem Winkel sprichst du sie an? Oder ist es vielleicht nachts in einem Club, in einer Bar? Wo bist du gerade? Wie sieht der Winkel aus? Als zweites, wie sprichst du sie in diesem Winkel am besten an? Direkt oder indirekt? Denn du kannst ja direkt sein und sagen, du bist einfach verdammt teistig. Oder du kannst verdammt nochmal sagen, wo geht es dir lang? Denn das wäre sehr indirekt. Du könntest aber auch genauso sagen, ich weiß nicht, ob ich dich hassen oder lieben soll. Und wenn du das tust, bist du irgendwie beides. Wenn du sehr direkt bist und sagst, ich will ein Kind von dir, dann gibst du ihr viel zu viel Macht und kannst diese auch verlieren. Wenn du aber nachts im Club unterwegs bist und dir sagst, du bist einfach viel zu heiß, ich weiß nicht, ob das gut geht. Und du das hier tust, dann kann es funktionieren, weil der Kontext anders ist. Wenn du das tagsüber machst, dann wirst du merken, dass das ziemlich in die Hose gehen wird. Wenn du jedoch auf der anderen Seite sehr indirekt bist und fragst, weißt du, wo es hier lang geht? Dann gibst du zwar keine Macht ab, aber du baust auch keine Spannung auf. Wenn du jetzt beispielsweise sagst, ich weiß einfach nicht, ob ich dich hassen oder lieben soll, dann baust du Spannung auf und du gibst keine Macht ab. Du hast nicht sofort dein Herz ausgeschüttet, du hast aber auch nicht gesagt, dass du abgeneigt bist. Es herrscht Unsicherheit. Sobald dir das also klar ist, kommen wir zum nächsten Punkt, zum vierten Punkt. Und zwar geht es jetzt darum, sie anzusprechen. Hör auf, dir so große Gedanken darüber zu machen, was du sagen sollst. Hab eine gewisse Struktur. Beim Ansprechen geht es nicht darum, dass du den besten Satz hast oder den besten Spruch. Es geht am Anfang einfach nur darum, dieses Gespräch zu eröffnen. Das ist alles, worum es geht. Wenn du das geschafft hast, dann bist du im Game. Wenn sie immer noch da ist, dann bist du im Game. Das bedeutet also, habe eine Struktur, die du immer wieder machst. Du musst nichts neu erfinden, du musst kein Wissenschaftler werden, du musst nichts davon tun. Und wenn du zu ihr rüber gehst, will ich dir jetzt eine Struktur dafür geben, wie du dieses Gespräch eröffnen kannst. Das Erste, was du machen solltest, ist, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn du ihre Aufmerksamkeit nicht hast, wenn sie beispielsweise vor dir läuft und du sagst, hey, wie ist dein Tag gerade? Da wird es sehr merkwürdig werden. Okay, dann wirkst du wie ein komischer Creep, der hinter dir her läuft und einfach das Gespräch eröffnet, ohne gefragt zu haben, ob er in ihre Privatsphäre eindringen darf. Das heißt also, das Erste, was du tust, ist, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, indem du sagst, hey, entschuldige, sorry, kann ich dich kurz stören. Und wenn du das gemacht hast, kommst du zum zweiten Punkt und gibst dir ein Kompliment. Was dabei wichtig ist, ist Augenkontakt. Und zwar, dass du mit Augenkontakt klipp und klar sagst, ich wollte dir einfach sagen, dass dein Look echt nice ist. Und das tust du in einer vernünftigen Tonlage, in einer ruhigen Tonlage, in einer entspannten, keiner nervösen und mit Augenkontakt. Anstatt, ich wollte einfach sagen, dass deine Bluse richtig nice ist. Okay, das ist nicht das, was du tust. Und sobald du das getan hast, wartest du eine Sekunde auf ihre Reaktion. Und sobald das passiert ist und sie reagiert hat, und beispielsweise mit, oh, das ist süß, voll nett von dir reagiert, machst du eine Annahme. Was bedeutet eine Annahme? Lass mich raten, du machst irgendwas mit Wissenschaften. Lass mich raten, du machst irgendwas mit Design. Lass mich raten, du machst irgendwas Soziales, oder? Warum machst du das? Weil Menschen gerne über sich selbst reden, weil sie dafür offen sind. Also was tut sie? Sie wird wahrscheinlich reagieren mit, ah, nee, wie kommst du jetzt da drauf? Und dann kannst du darauf eingehen. Und wenn sie dann beispielsweise sagt, nein, ich bin in Wahrheit Lehrerin, kommt der fünfte Schritt, und zwar das Nicken. Indem du beispielsweise sagst, ach, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob mir das gefallen soll oder eher nicht. Okay? Und darüber könnt ihr ebenfalls diskutieren. Hä, wieso? Warum? Wie kommst du da drauf? Ja, mit Lehrern war ich nie so gut. Aber bei deinem Blick bin ich mir nicht sicher, ob du einer von den Guten oder von den Bösen bist. Und was du dort tust, ist wieder Unsicherheit schaffen. Du bist wieder in der Mitte. Du bist nicht zu direkt und nicht zu indirekt. Du bist nicht zu, du bist die Schürze auf dem Planeten. Oder zu, ja, und wie findest du das Wetter eigentlich? Und was du jetzt tust, ist das immer wieder zu wiederholen. Immer wieder zu wiederholen. Das heißt, du machst wieder eine Annahme. Ich wette, du kommst hier aus der Gegend, oder? Und wenn sie wieder darauf antwortet, machst du wieder ein Heiß-Kalt-Spiel daraus. Und dann machst du wieder eine Interpretation. So eine Frau wie du muss schon vergeben sein, oder? Und dann machst du wieder ein Heiß-Kalt-Spiel daraus. Immer wieder, immer wieder. Und was du dabei tust, ist folgendes. Zwei Dinge. Erstens, du findest die Logistik heraus. Du findest, was sie macht. Wie lange sie dort ist. Wo sie lebt. Wie lange sie hier bleibt. Und kannst damit richtig zuordnen, ob du mit ihr ein direktes Date machst. Oder ob du ein späteres Date machst. Oder was auch immer du vorhast. Oder ob ein Date überhaupt Sinn ergibt, weil sie viel zu weit weg wurde. Und das Zweite, was du dort tust, ist Emotionen wecken durch das Heiß-Kalt-Spiel. Die ganze Zeit. Der sechste Schritt dann, ist, dass du Verknappung einsetzt. Dass du hier klipp und klar sagst, hey, hör zu. Ich muss leider los. Meine Jungs warten auf mich. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Aber das Gespräch war toll. Ich bin dafür, wir besprechen das Thema X, Y oder Z dann beim Kaffee. Wie heißt es auf Instagram. Und fertig. Und dann tausch dir Kontakte aus. Und sobald du das gemacht hast, kannst du ihr später schreiben. Oder du kannst ihr beispielsweise direkt vor Ort sagen, hey, hör zu. Ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit. Ich glaube, diese Themen sollten wir gleich beim Kaffee besprechen. Dann wartest du auf die Reaktion. Und wenn sie positiv reagiert, nimmst du sie mit. Und ihr geht zusammen Kaffee trinken. Und bespricht dort alles Weitere. Und du hast ein direktes Date. Und jetzt, wo du diese Struktur hast, ist alles, was du tun musst, ist die ganze Zeit einfach nur zu machen. Immer zu machen. Immer zu machen. Immer zu machen. Und je öfter du es machst, umso mehr Nummern wirst du irgendwann in deinem Handy haben. Es wird viele Frauen geben, die sagen werden, ich habe einen Freund. Es wird Frauen geben, die am Ende sagen werden, hey, ich will mal ungern meine Nummer weitergeben oder bei meinem Instagram. Es wird Frauen geben, die dir nicht zurückschreiben werden. All das wird es geben, aber das gehört mit dazu zum Spiel. Es ist ein Numbers-Game. Von 100 Frauen, die du ansprichst, wirst du vielleicht mit 10 auf ein Date gehen. Und das ist okay. Das ist vollkommen normal. Und je mehr Volumen du hast, umso besser wird es am Ende sein. Wenn du also bereit bist, diese Dinge umzusetzen. Herausfinden, was du als Mann wirklich willst, in die Umsetzung zu gehen. Um Menschen in deinem Leben zu ziehen, die wirklich dir und deine Werte entsprechen, bewirb sich unbedingt für ein kostenloses Erstgespräch. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ansonsten, wenn du Fragen hast, sollst du Chat. Unter die Kommentare damit. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Let's fucking go. Action. Vorwärts. Power. 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 Vielen Dank.